Alles begann in den Sommerferien 1989. Sophie, Fritzi, ab ins Bett mit euch. Wir müssen morgen früh losfahren. Es wäre spitze, wenn ich mit nach Ungarn könnte. Meine beste Freundin Sophie fuhr in den Urlaub. Sei schön brav, Sputnik. Und mach, was Fritzi sagt. Ich blieb zu Hause in Leipzig und kümmerte mich um ihren kleinen Hund, Sputnik. Ohne Sophie war der Sommer todlangweilig. Doch Sputnik und ich machten das Beste draus. Morgen ist der erste Schultag. Und Sophie ist noch nicht zurück. Ich melde. Die Klasse ist vollzählig. Bis auf Sophie Vollmer. Weiß irgendwer, wo sie ist? Sophie! Wann kommt ihr zurück? Wir können nicht mehr zurück. Und was ist mit Sputnik? Komm mal mit, ich zeig dir was. Ich will Sputnik zu Sophie bringen. Über die Grenze? Da wohnt Sophies Oma. Mein großes Abenteuer begann. Fritzi, eine Wendewundergeschichte. Ab dem 9. Oktober im Kino.